Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr fragt euch, warum ich so reagiere. Ich wollte meine Live-Reaktion, sag ich mal, so mit aufnehmen auf dieses Video. Es ist 18 Uhr, ihr denkt mir so, geil, neues Video von Jonas Ems, kann ich darauf reagieren? Dann sehe ich, dieses Video endet, wenn meine Community scheiße baut. Das Video geht 1 Minute 35. What the fuck einfach nur. Denke ich mir jetzt schon so, what the fuck. Okay, Ironie-Schalter wird angemacht. Es gibt ja so, diese Videos zum Beispiel, ich habe die schon bei Julienko gesehen, Bibis Beauty Palace und auf dem Kanal Spiel mit mir. So von wegen dieses Video endet, wenn jemand ragt. Wenn Leo, das war bei Bibio Julian, irgendwie Auto oder Mama oder Papa sagt. Ähm, ja. Bin jetzt mal sehr gespannt. Yo, was geht? Was geht? Hey, Altgrüner! Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele Leute denken immer wieder, dass meine Community nur aus so 11-, 12-Jährigen besteht, die nichts auf die Reihe kriegen, die einfach nur scheiße dumm sind. Die nur irgendeinen ähnlichen Schekanhumor haben und sich über diesen Scheiß ablachen. Und ich habe gesagt, nein, Mann. Nein, Mann, mit ganzen Sätzen wäre ein Scheißende. Deswegen habe ich bei Instagram, so heiß ich bei Instagram, gefragt, ob ihr mir nicht einfach schreiben könnt, was euch so bewegt. Was ist so in eurem Kopf drin? Und ich habe gesagt, Alter, ich werde das Video sofort beenden, wenn meine Community einfach irgendeine peinliche Scheiße schreibt. Ich weiß es einfach, ihr seid nicht 13 und habt gerade erst eure ersten Haare am Sack. Wir haben jetzt noch so insgesamt nur 50 Sekunden zu gucken. Oder in 50 Sekunden ist das Video zu Ende. Das heißt weniger. Ihr seid mehr. Ihr seid Philosophen. Ihr seid Wissenschaftler. Ihr seid Weltenbummler. Ihr seid so viel mehr. Wir haben ja noch nicht mal irgendwas vorgegesehen. Let's go von Lien. Ich war gerade kacken und der Schiss war so gut, dass ich mich nicht abwurzen musste. Scheiße. Okay, eine Chance, okay? Ich bin nicht so, ey. Ich mach das. Wir geben dem Ganzen noch eine Chance, okay? Wir beenden das. Warum schreibt man aber sowas? Ganz kurz, warum schreibt man sowas? Manchmal frage ich mich echt, was geht so in den Köpfen der Leute vor? Ich weiß jetzt nicht, wie jung alt ihr alle seid. Ich denke, ich würde jetzt mal so vermuten, dass ich so vielleicht mit euch verglichen auf jeden Fall auch mit so am ältesten bin. Ich bin 24. So, deswegen, ähm, ja. Das Video, wenn meine Community noch einmal peinlich ist, okay? Ja, das Video endet jetzt. Ich nehm einfach eine random, ich scroll hier durch, ich scroll hier durch, ich scroll hier durch. Okay, ich nehm das hier. Ich bin ein Pferd, das Jonas Ems jeden Tag beim Kacken zuguckt. In Klammern, sorry. Ciao. Das war's einfach. Wir haben jetzt 1 Minute 35 ein Video geguckt. Das ist das kürzeste React, was ich je hatte. Jonas, das kannst du mir nicht antun. What the fuck einfach nur. Ein Bein zuck gerade. Da denke ich mir, Bein, was ist los mit dir? Ja, gut, kann ich ja jetzt schon mit dem Aufnehmen heute aufhören. Ja, geil. Tolles React hier um 16 Uhr für euch. Freut mich sehr. Also, Applaus für Jonas. Für dieses grandiose Video. Warum liest du dich einfach mehr vor? Warum liest du dich einfach Sachen vor, die sinnvoll sind? Und es sieht sowas aus. Also, ja, ich kann da einfach nur klatschen. Check das Video aus. Ja, das ist das kürzeste React, wie gesagt, was ich je aufgenommen habe. Ich kann jetzt auch so 5-6 Minuten labern über irgendeine Scheiße. Trinkt aber nichts. Warum sollte ich das machen? Ich reg mich einfach nur über diese Sätze auf. Und ja. Na gut. Lass doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Video sagen will. Ich weiß auch nicht mal, wie ich mein Video nennen soll. Dieses React jetzt hier. Naja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und mir wird nur noch zu sagen. Anpfiff, abpfiff, tour. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.